Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Rock of Ages 2 zusammen mit dem Ligaboo. Bewertet doch einfach das Video, schaut in die Beschreibung und viel Spaß. Ich nehme den Feuer-Fels-Block kombiniert... Ach, ich weiß gar nicht mehr, was ich immer genommen hab. Ich hab das Spiel so lange nicht mehr gespielt, ne? Okay, ich muss Banken setzen. Ich hab noch nie Rock of Ages mit dem Curve-Monitor gespielt, junger, der... Katja, das ist aber nur satisfying. Das klingt so, als würde ich mit dem Monitor angeben. Sorry, tue ich das denn auch? Ja. Das tut mir leid. Jetzt jetzt noch mal ein bisschen TNT hin. Wie es typisch für mich ist. Hier so zwei dieser Teile. Alter, der Vulkan sieht aber geil aus. Der erste Teil muss echt ein Hit gewesen sein, dass der zweite schon so gut aussieht. Ach, das wunderbar abgebrochene Let's Play von Rock of Ages. Perfekt. Wie jedes andere Let's Play. Klick, 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 klick. C-Spam! Ich spamm links, klick und C. Alter. Wie waren die Controls vom Ball nochmal? Oh, ich muss das jetzt langsamer machen. Oh, danke für deine Crew. Die hat mich richtig hochbouncen lassen. Aber jetzt lässt die mich rausfliegen. Oh, scheiße. Oh, ich war in der Lava. Die hat mir ordentlich Schaden gemacht. Mein Controller vibriert die ganze Zeit. Dann ist dein Controller kaputt. Oder du hast ihn falsch eingestellt. Oder der Treiber ist scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße, Junge. Oh, danke. Alter. Puh! Junge, ich bin halb tot. Deine Q-Taktik ist echt gut. So sage ich das. Deine Q-Taktik ist richtig scheiße. Ich habe noch voll Leben. Oh, oh. Ich stecke mal nicht im Controller aus. Nein, 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 nein. Nein! Scheiße. Oh, natürlich. Ich werde direkt vor den Hindernissen gespawnt. Ist am Ende noch irgendwas? Nein, doch ganz viel Kür. So viele sind das in das aber auch nicht. Nein, 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 nein. Nicht ans Tor, nicht ans Tor. Ich will Anlauf nehmen. Ach. Ja, ich. Ja. Oh, so wenig. Sterb! Junge, ich habe so viel Material, ne? Ah! Uli! Wieso machst du immer noch alles kaputt? Haha. Hahaha. Das ist der Preis, den du zahlst, wenn du so böse bist. Du hast mein Leben zerstört. So. Alter, du hast all meine Banken zerstört. Warum machst du das immer? Ich habe deine nicht mal beachtet. Oh, ich habe noch keine meiner Da Vinci-Panzer benutzt. Ach Gott, meine Verteidigungslinie ist nicht so gut. Komm, Bank. Hustle nochmal richtig. Wohl, so schnell geht das, glaube ich, nicht. Okay, ich werde mich auf Blitze gefasst machen. Ich könnte auch schon losrollen, aber nee. What? Was war das denn? Hey, Alter. Läuft ja richtig. Woo! Frick. Nice. Hey. Hey. Für diesen Blitz zerstöre ich jetzt noch deine andere Bank. Ich hätte sie in Ruhe gelassen. Ups. Nein, 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 nein. Da fahre ich noch lang. Ah! Oh, Mann. Oh, und noch mehr Kühe. Ah. Ich muss mir eine Bahn machen. Ey, jetzt stehe ich genau auf den Kühen. Geht ab, Kühe. Ach so. Ach so. In your face. Alter, ich bin so viel besser in Rock of Ages. Spaß. Oh, oh, oh. Ah, 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 ah. So, perfekt. Nein, 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 nein. Oh, danke. Oh nein, nicht danke. Jetzt kommst du dran vorbei. Es ist schon klar, dass das sich nicht lohnt. Junge, du machst keinen Schaden, wenn du so wenig Leben hast. Das ist dir bewusst, oder? Ja. Niemals wirst du da rankommen. Perfekt. Ach stimmt, ich habe keine Banken mehr. Ja, ihr Banken. Ich habe euch vieles zu verdanken, aber ihr werdet leider, glaube ich, keine weitere Runde mehr überleben. Aber das gegnerische Schloss auch nicht. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Oh Gott. Ich falle. Perfekt. Deine Kanonen haben mir nicht mal was gemacht. Das weiß ich selber. In your face. In your face. Ah, nein, 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 nein. Oh, zu viele Löwen, zu viele Löwen. Oh, ich... Oh, was? Ich habe... Was? Junge. Der hat mich so krass gekillt. Oh nein, ich bin tot. Perfekt, ich bin in der Lava. Du musst nicht mehr was machen. Geh dieses Teil mal ab. Danke. Ja, 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 ja. Was? Nein. Oh Mann. Naja. Immerhin habe ich dein Ding fast. Oh. Ja, sag ich doch, du musst nicht mal was machen. Ups. Aber du zerstörst immer sehr gut meine Banken. Du hast ja schon drei Banken an einer einzigen Stelle zerstört. Okay, was hatte ich gerade getötet? Sieht so aus, als wäre es meine Da Vinci-Panzer gewesen. Lol, die sind wirklich die Stadt, ne? Hä, wie geil wurde das denn hier alles designt? Und keiner schaut sich das an. Hier sind sogar Gehwege designt worden. Aber ja, ich glaube... Okay, so gut wurde es ja vielleicht doch nicht designt. Ups. Wie schnell ist denn dein Ball bereit gewesen? Okay, Verteidigung. Ich verlasse mich drauf, dass du deinen Job erledigst. Ach, komm. Nein, da, da möchte ich nicht. Klar, das Viech. Geh ich schon mal weg? Nein. Oh, verdammt, habe ich viel Leben verloren. Oh, der ist mich getroffen. Perfekt. Normalerweise besiegt er mich nämlich immer in Rock of Ages. Deswegen bin ich glücklich, dass er es diesmal nicht tut. Oh, danke. Hallo, könntest du mal warten? Nö. Was soll ich das tun? Oh, scheiße, ich bin tot. Ach, cool. Naja, ich musste ja nur ein bisschen Schaden machen. In your face! Alter 4. Alter 4. In your face! Haha! Perfekt. Iiii, kleine Giraffe trampelt auf die Ruhm. Hahaha! Ich sehe es nicht. Ich habe Alter 4 gerückt. Hast du literally Alter 4 gerückt? Nö. Oh. Ey, Alter, was ist... Mein Ping ist ja ultra geil. Ja, sehe ich, ne? Leute, das war's mit der heutigen Runde Rock of Ages 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr mich über den Daumen aufrollen... War echt spannend. Ja, war richtig spannend. Schaut auf jeden Fall bei meinem wunderbaren Aufnahmepartner vorbei. Und ich würde sagen, wir sind uns dann in der nächsten Runde Rock of Ages ohne Fallgeist oder was auch immer wieder. Tschüss! Tschüss! Tschüss!